Was geht ab? Tag Nummer 2 meines Urlaubs sozusagen. Die Sonne scheint. Ich bin jetzt gerade in Schleswig-Holstein bei dem Haus von meinem Vater. Wir sind nicht mehr in Hamburg, sondern wir sind jetzt hier auf dem Dorf. Kurz um euch mal zu zeigen, hier ist nur Feld da vorne, das ist die Straße, die W5. Und ansonsten die Süddeutsche. Ah, der Hund boppelt! Kamera interessiert dich nicht, ne? Mal schauen, hier müssen wir noch die Drohne fliegen lassen. Da drüben ist ein Maisfeld, das ist ein Kohlefeld. So, ich muss jetzt noch den Pool einmal gucken. Dirk? Zoe? An der Seite hier steht diese Wäschewanne. Ja. Pass auf, der Schlauch geht gleich an und dann kriegst du bitte einmal diese Wäschewanne auf. Mit Wasser. Noch mehr Aufgaben! Das ist überfordert, aber... Das ist mein Zuder, ich darf das. Mensch, dann machst du ruhig mit dem Wohnen, ja? So. So. Du kannst die anderen von der Kammer zuerst machen, weil sie alles machen. An der Seite ist nicht... Die macht nicht die Schlauch. So. Haha. 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 Macht ihr den denn einfach an? Ich finde schön, dass du jetzt meine Aufgabe erledigst. Und jetzt auf den Arsch Und jetzt auf den Arsch Weil man hier den Blutmond, beziehungsweise die Mondfinstern nicht richtig sehen kann, fahren wir jetzt ins Moor und gucken mal da, ob wir ein bisschen besser aufnehmen können. Bis gleich. Ja, das ist das Schöne, oder? Wir haben gerade erfahren, dass der Mond in Schleswig-Holstein aufgeht, nachdem er im Kernschatten war. Bis zum nächsten Mal.